Die Bürgerschaft, der Landkreis und alle acht Kommunen erarbeiten eine integrierte Smart-City-Strategie, die digitale Einzelmaßnahmen interkommunal verknüpft und hilft, gewinnbringende Smart-City-Lösungen für unsere ländlich geprägte Region zu entwickeln. In einem Co-Creation-Prozess nimmt die Bürgerschaft sowohl über das Kompetenzzentrum als auch über die Bereichs-Leaderships aktiv an der Strategieentwicklung teil. Der Strategieschwerpunkt liegt in der digitalen Nutzbarmachung der Ökosysteme Bürgerdienste, Daseinsvorsorge, Mitgestaltung und Mobilität. Als Basis dient die interkommunale, modular erweiterbare Smart-Wendler-Datenplattform. Zur Sicherstellung der Datenhoheit und als unabhängige Vertrauensinstanz steuert der Datentreuhänder die Datenverarbeitung. Ehrenamtliche Plattform-Paten unterstützen die Inklusion aller Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus stärkt ein umfassendes Bildungsangebot die digitalen Fach-, Arbeits- und Alltagskompetenzen der Bürgerschaft. Der externe Wissenstransfer wird getragen von diversifizierten Wissens- und Austauschformaten wie dem jährlichen Smart Saarland Tag. Eine kontinuierliche Evaluation regionaler Wertschöpfungs- und Datenkreisläufe soll Wirkungen und Effizienzen anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren aufzeigen. Positive Wertschöpfungsbilanzen bilden die Grundlage für eine Verstetigung der Maßnahmen und für eine zielgeleitete Entwicklung des Landkreises im Sinne eines gemeinwohlorientierten Smart-Wendler-Landes.